Hier haben wir eine der neuen Hühne, ich komme aber nicht auf ihren Namen. Da ist ein Flatcoat-Retriever mit drin. Ganz kuschelig, weich, verschmust. Wie man hier sieht, kann auch gar nicht richtig filmen. Aber wir können ja erstmal runter. Versuchen wir mal, nicht, geh mal runter. Sie möchte gestreichelt werden, gerade etwas schwierig mit dem Video.